So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von GTA 5 Online. Ähm, ja, wir sind immer noch hier bei Los Santos Custom. Und wir müssen hier begibt sich zu den Cypress Flats. Und da werden wir auch hingehen, damit wir unser Solo-Part hier, sag ich mal, beenden. Und wir endlich mit Neonatore und den Alex, ähm, zocken können. Komm mal aus. Ja, du unverschämte Socke, was hältst du von... What the fuck, was war das denn für eine Karre? Die muss ich mir angucken. Ja, übrigens, hallo, Leute, wie geht's euch? Ja, wollte ich gerade sagen hier. Kein Hallo, nix. Genau, bin euer Neonatore. So wie sie sich gehört. Ich hab ja jetzt einen Peilsender an mein Auto herangesetzt, richtig? Wenn ich den jetzt verlasse, was passiert? Wüsste ich jetzt selber nicht. Ich mach's einfach, die Karre sieht einfach nur zu geil aus, weißt du, ein 350er Modeler oder was? 350er, das gibt's doch gar nicht. Ich als Italiener 350er, wo krieg ich nur so ne Scheiße her? 360er meine ich natürlich. Übrigens hab ich zu Weihnachten meinem Sohn, weißt du, was, geschenkt? Was denn? Ähm, warte, wo muss ich denn jetzt hin? Für ein Elektroauto, damit er selber herumfahren kann. Nein, so, ähm, so, ähm, ja, eigentlich elektrisches Auto, aber so mit, äh, Fernbedienung. Oh, voll lieb. Ja, und weißt du, was das für ein Wagen ist? Ein Ferrari 458er Italia. Der Wagen, den ich dir abgezogen habe. Alter, bist du früher. Ich musste, ich musste die ganze Zeit an dir denken. Oh, das freut mich, Delta, dass du auch hinter der Freizeit an mich denkst. Ja. Ja, nee, so da, Alex ist übrigens auch da, aber der wird sie, glaube ich, gerade nicht. Achso, der Job. Ah, doch. Ja, ähm, es könnte sein, dass ich jetzt, äh, euch einlade, ne? Versuch mal in meiner Lobby hier reinzukommen. Warte, ich muss dich einladen, ja. Nein. Gehen wir miteinander zu... Du, ich versuch dich... Es ist noch immer deaktiviert. Ich muss hier so eine Mission machen. Äh, Last Team Standing. Das TDM, was wir damals mit Panos gemacht haben, wahrscheinlich. Und, äh, ja. Ich versuch dich jetzt einfach einzuladen. Genau. Einfach, ähm, unter Freunde auswählen, ne? Ja. Au. Wenn er sich mal hier... Mal beeilt. Bei einem Deadmatch triffst du in Team oder Einzelgegengegnern. Werd ich... Ja, toll, dass ich zu Ende lesen darf. So, ich hab's wieder geschafft. Mich hat's schon wieder überschlagen. Ja. Kennt ihr irgendwo hier auf dieser Map, äh, so'n Fluss, wo man, äh, von Berg zu Berg springen kann und rüber dem Fluss, du weißt schon, wie ich das meine, in die Mitte der Fluss, die zwei Berge, von einem Berg zum anderen Berg? Hm, nicht direkt, nein. Ich kenne nur eine Stelle, wo man über den Fluss drüber springen kann, wenn man gut ist und einen Geländewagen hat. Und das werden wir heute, also in der nächsten Runde, machen. Okay, gerne. Beitreten... Aber du brauchst einen Sandking oder so, da musst du mir das mitfahren bei mir, ne? Bei mir oder Alex. Nee, 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 schon mehr meine eigene Karre. Also, beitreten, auswählen, um eine bestehende Instanz diese Jobs. Hosten, auswählen, um eine neue Instanz diese... Hosten, hosten, hosten. Hosten? Hosten, ja. Hosten? Oder husten? Hosten. Okay, hosten. Das bedeutet, ich lade euch beide ein, wenn das geht. Genau, und dann sollten wir die drei Leute sein, die du für Last in Standing brauchst und dann haben wir es, ne? Okay, Mission, äh, äh, Mission, Team aus, äh, Tageszeit aktuell, aktuell, äh, Geld haben wir sowieso, viel. So, einladend, Spieler mit ähnlichen Info bei Spielersuche offen, meine Freunde, machen wir mal meine Freunde, Freude, die GTA spielen. Ja, aber, ähm, wähl einfach Freund, äh, aus Freundesliste. Von Freundesliste, hast recht. Na gut, Leute, das, es scheint so. Ja, Delta hat mich eingeladen. Ach so, das geht alles automatisch? Ach Gott, ich hab auch Space Fight da eingeladen. Ja, da brauchte ich, also der darf gern beitreten, der ist so fällig, Alter. Machen wir den zusammen fertig? Auf jeden Fall. Okay, aber Space Fight, äh, guck mal, ich guck mir also gerade sein Manneken an, er sieht irgendwie total schwul aus, kann das sein? So, wir haben eh jetzt drei Leute, du kannst starten, wenn du möchtest. Oh, Space Fight da, äh, ne, der wurde nur eingeladen, okay. Ja, okay, passt. Wir haben drei Leute, du kannst beginnen. Warte, warte, warte. Beigetreten. Ja, mach einfach. Ne, ich warte noch eine Sekunde, vielleicht kommt der Space Fight da ja. Ne, da kommt nicht. Da, da ist ein Förder, okay. Der kommt nicht, der interessiert. Oh, oh Gott, die Lobby wird ja voll. Oh, ja. Ich will nur hoffen, dass wir zu wasamen hier spielen. Ja, das kann man, glaube ich, aussuchen jetzt dann. Ich werde auf jeden Fall dir beitreten, ja. Okay. Jetzt mach mal hin, ist er, Benz. Ähm, da der Nick leider jetzt nicht mehr GTA online kommt, muss ich einen neuen Clan übrigens gründen, ja. Ich werde dann hier der Clanführer sein. Ich mach jetzt einfach hier. Auf Start. Auch so, ist schon auf Start, okay, perfekt. Genau. Ich werde dann dir einfach joinen, ja. Okay, falls du im Gegner-Team bist, lass dich bitte von mir killen, okay? Damit ich gut aussehe. Ja, geht doch. Gewinner-Action. Ich tinkere Finger und go. Deine Wette, sollen wir wetten? Ach komm, ich wette mal 500. Ich meine, Neo ist bei mir. Ne, ich wette 1000. Tinkere Finger, Pistole, Kopf mal nochmal, Mission. Ähm, bereit zum Spiel? Ja. Perfekt. So, wir sind mal bereit. Du machst wirklich einen Stinkefinger. Bist du wirklich so ein unsozialer Mensch? Ich find das nämlich voll unfreundlich. Ist mir egal. Ich mach es einfach. Was ich noch gar nicht geguckt habe. Aber ich hab gar keine Schutzweste, Altsa. Okay, es ist zwei gegen zwei. Du gehst vor. So als Schutzschild. Ja, ich hab ein Bikini, Alter. Das hält keine Kugeln auf. Aber wenn ich eine Muschi habe. Ja, du bleibst einfach hinten, ja. Du bleibst einfach hinten. Schön, immer schön verstecken und so, ja. Ja, Hauptsache ich hab Stöckelschuhe an. Ne, nix verstecken. Ich meine, wir wissen ja, wo die sind. Da vorne hast du. Komm mit, komm mit. Ja, ja, ich hab schon gesehen. Schutzweste. Die Ohren muss jetzt erstmal. Schutzweste, die holst du dir. Wo ist die denn? Die gibt die Deckung. Ja, da vorne. Sittern, ja. Irgendwo da vorne. Und sie läuft als gäbe's kein Morgen. Mit seinen langen Beinen. Und, hab ich die Schutzweste? Nein. Oh, ja. Alter, ist die oben oder was? Oh. Die werden, glaube ich, wirklich oben sein und vielleicht versuchen zu snipern. Ne, meine Schutzweste. Achso, da ist sie ja. Aha. Aber wir gehen jetzt hier hoch und ich versuch sie mal zu snipern, ja, ja. Bist du das? Alter, alter, alter. Weck dich nicht gleich hier. Ja, ich dachte, das wäre schon ein Gegner hier. Ob ich mit einer Pistole was ausrichten kann? Nein. Alter, jetzt geh vor. Nee, nicht wirklich. Ähm, ich bleib hier, weil ich hab gerade einen Sniper, ja. Jupp, snipe sie weg, die Jungs. Mach da mal meine eigene Lobby auf und lade mich ein oder so. Ah, fuck. Ich hab meine eigene Lobby auf. Hast du nicht gesehen, ne, Neo? Ohne irgendwelche Randoms. Also nur zu durch. Ich bin, ich bin runtergefallen. Du bist runtergefallen. Haha. Nicht so elegant gemacht wie ich. Nee. Oder nee, ich mach einen auf. Ich lade euch da dazu. Ich bin mit dem Gesicht aufgeschlagen. Immer gut. Okay, ich hab gerade einen gesehen. Ja, ich sehe ja auch schon, wo die sind. Oh, du fuck, Alter. Ups, einer tot. Und das ist eine Pistole, ja. Ja, geil. Ja, dann gehen wir weiter vor, ne? Ja, würde ich mal sagen, dass wir weiter vorgehen, denn ich will hier nicht rumgammeln. Schwächen auf jeden Fall. Egal, was du machst, aber Schwächen einfach, ja. Jupp. Aber komm, mach zu mir, denn er wartet auf mich. Er wartet auf dich und ich nehme an, er zerfiegerlegt, ja. Zephia? Ja, ob er irgendwo Bist bringt. Ich schau, dass ich irgendwie von die Dächer her hochkomme. Also irgendwie hab ich schon Angst. Aber okay, da ist er. Vielleicht macht jetzt der Delta alles, ne? Wenn er stirbt, dann, ja, und... Ja, dann komm mal eben zu mir. Mach mal folgendes. Ja, ich hab noch... Mach mal folgendes. Du gehst jetzt... Renn einfach durch, damit er aus seiner Deckung kommt. Moment. Ich seh' ihn. Okay. Ich hab ihn ins Feind reingeschossen, Alter. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Leute. Alter. Was geht da? Wir haben echt gewonnen und du hast gewettet auch. Ja. 1.000 Dollar. Das bedeutet... Mal schauen, ob die anderen auch gewettet haben. Oh ja, 3.100 hab ich bekommen. Ich auch. Ey, wo bleibt mein Stinkefinger? Das frage ich mich auch grad. Ne, das war einfach so unsozial, ey. Delta, du sollst ja nicht unsozial sein, oder? Ja, unsozial muss sein. Ja, gefällt mir. Und... Was sagt der andere? Ey, komm schon. So unsozial ist er nicht. Gefällt mir nicht. Dem hat's nicht gefallen. Okay. Wir gehen auf jeden Fall in den freien Modus. Oder? Ja, auf jeden Fall, ne? Neo. Na gut. Ja. So unsozial ist er nicht. Ich seh ja bei ihm kein RTL-Kamerateam. Alter, müssen wir jetzt wirklich 45 Sekunden warten hier? Ja. Weil dieser Typ anscheinend grad... Schlechte Laune. Schlechte Laune hat. Ja, eindeutig. Also da lasst du uns grad warten. Da glaubt er weiß, dass wir grad aufnehmen. Hat seine Tage. Da hat er halt seine Tage, ja. Ja. Macht ja nix, ne? Nö. Wir warten gerne, nachdem wir gewonnen haben, weil der Delta als Level 3 sie platt gemacht hat. Oh, ja. Der eine ist ja gleich mal ausgestiegen hier. Das ist ja noch besser. Nee, es war auf jeden Fall sehr erfolgreich gerade. Ja, haben wir gut gemacht. Ja, das war aber krass. Also ich ziele. Erstmal will er nicht zielen. Ich schieße zwei Schüsse ab. Ich treff den nicht. Ich ziele nochmal. Bam, bam, bam. Und taun ist er. Er fällt sogar aus dem Dach. Boom. Aber eins muss ich mal ganz kurz loswerden. Wenn du Italienisch, als Italiener, ja, Englisch lesen willst, das ist so süß. Ja, Italiener kennen gar kein Englisch. Da hast du schon recht. Das ist nicht süß. Das hört sich krank an. Also, bis ich etwas aus der Zunge hätte. Ja, irgendwie schon. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich den Delta schon einladen kann. Ja, ich kann dir eine Spieleinladung senden. Oh, yeah. Englisch, Alter. Englisch. Dann sind wir vielleicht mal zwei. Und mein Wagen ist hier. Ja, warte, Neo. Wir beenden diese Aufnahme. Genau. Sind ja schon fast 15 Minuten. Ich kurve nur hier noch ein bisschen rum. Will jetzt einen Online-Spieler töten? Oder? Oder ne? Komm, das lassen wir. Ne, 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 ne. Sei brav. Sei brav. Okay, okay. Du hast recht. Es ist ja nicht nett, wenn man ein Online-Spieler einfach so tötet. Du machst das Spielverderber und dann können wir nicht mehr zocken erst mal. Genau. Ich wäre fast übrigens Spielverderber geworden, weil ich aus einer Lobby gegangen bin, ohne verabschiedet zu haben. Nämlich gestanden. Weil ich einfach die PS3 abgeschalten habe. Aha. Ja, Leute. Ja, okay. Ich beende jetzt einfach mal die Aufnahme. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, also nächstes Mal, wenn ich hier einschalte und let's play, werde ich wahrscheinlich nicht nochmal hier sein. Dann werde ich nämlich bei Neo auf irgendwo anders in die Map sein. Deswegen packe ich mal hier. In der Map. Ja, in der Map. Ja, ist okay, okay. Jop. Dafür verstecken wir uns hier mit unserer Bikini. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Also dann, bye bye. Ciao.